Nachdenkseiten Die kritische Website Ein königlicher Vorschlag Brief von Julian Assange an König Karl III. Ein Artikel der Redaktion Zur Krönung von Charles III. von England hat Julian Assange einen verlinkten Brief verfasst, der am 5. Mai auf die Classified UK veröffentlicht wurde. Nachfolgend die deutsche Übersetzung des Briefes von Julian Assange durch Sona Croy. An seine Majestät König Charles III. Anlässlich der Krönung meines Lehnsherrn hielt ich es für angebracht, Eure Hoheit herzlich einzuladen, dieses bedeutsame Ereignis mit einem Besuch Eures Königreichs im Königreich zu zelebrieren. His Majesty's Prison Belmarsh Eure Durchlaucht erinnert sich zweifellos an die weisen Worte eines berühmten Dramatikers. Die Art der Gnade weiß von keinem Zwang. Sie träufelt wie das Himmelsmilder Regen zur Erde unter ihr. Kaufmann von Venedig, Akt 4, Szene 1 Ach, aber was wüsste der Bade über Barmherzigkeit angesichts der Abrechnung am Morgen Eurer historischen Herrschaft? Schließlich kann man das wahre Maß einer Gesellschaft daran erkennen, wie sie ihre Gefangenen behandelt, und Euer Königreich hat sich in dieser Hinsicht ja besonders hervorgetan. Das Gefängnis seiner Majestät Belmarsh befindet sich an der prestigeträchtigen Adresse One Western Way, London, nur eine kurze Fuchsjagd entfernt vom Old Royal Navy College in Greenwich. Wie reizend es sein muss, dass eine solch angesehene Institution Euren Namen trägt. Hier ist der Ort, an dem 687 Eurer treuen Untertanen inhaftiert sind und somit zum Rekord des Vereinigten Königreiches als Nation mit der größten Gefängnispopulation in Westeuropa beitragen. Wie Eure Heere Regierung vor kurzem bekannt gegeben habt, erlebt Euer Königreich momentan den größten Ausbau von Gefängnisplätzen seit über einem Jahrhundert. Wobei ihre ambitionierten Hochrechnungen einen Anstieg der Gefängnispopulation von 82.000 auf 106.000 innerhalb der nächsten vier Jahre voraussagen. Wahrlich ein großartiges Vermächtnis. Als politischer Gefangener, der zum Vergnügen seiner Majestät im Auftrag eines beschämten ausländischen Souveräns gefangen gehalten wird, ist es mir eine Ehre, in den Mauern dieser erstklassigen Institution zu residieren. Während Eures Besuches werdet Ihr die Gelegenheit haben, Euch an den kulinarischen Freuden zu laben, die für Eure treuen Untertanen mit einem großherzigen Budget von zwei Pfund pro Tag zubereitet werden. Genießt die passierten Thunfischköpfe und das ewige Formfleisch, das vorgeblich aus Hühnern hergestellt wird. Und sorgt Euch nicht, denn anders als in geringeren Einrichtungen wie Alcatraz oder St. Quentin gibt es kein gemeinsames Essen in einem Speisesaal. In Bällmarsch speisen die Gefangenen allein in ihren Zellen, wodurch die größtmögliche Intimität mit ihrer Mahlzeit garantiert ist. Jenseits der kulinarischen Genüsse kann ich Euch versichern, dass Bällmarsch Euren Untertanen reichlich Bildungsmöglichkeiten anbietet. Wie es in Sprüche Salomons 22.6 lautet, Wie man einen Knaben gewöhnt, so lässt er nicht davon, wenn er alt wird. Betrachtet die schlurfenden Warteschlangen an der Medikamentenausgabe, an welcher Insassen ihre Arzneimittel sammeln, nicht für den täglichen Gebrauch, sondern für das horizonterweiternde Erlebnis eines Big Day Out, alles auf einmal. Eure Majestät werden außerdem die Gelegenheit haben, meinem verstorbenen Freund Manuel Santos Euren Respekt zu erweisen, einem schwulen Mann, dem die Abschiebung nach Bolsonaros Brasilien bevorstand und der sich, nur sieben Meter von meiner Zelle entfernt, mit einem kruden, aus seinem Bettlaken gefertigten Seil das Leben nahm. Seine exquisite Tenorstimme ist nun für immer zum Schweigen gebracht. Wagt Ihr Euch in die Tiefen von Bällmarsch vor, wird Euer Durchlauch den einsamsten Ort innerhalb seiner Mauern finden. Health Care oder Hell Care, Gesundheitspflege oder Höllenpflege, wie seine Bewohner ihn liebevoll nennen. Hier werdet Ihr vernünftige Regeln bestaunen, die für die Sicherheit aller sorgen, wie zum Beispiel das Verbot von Schach, während das weit weniger gefährliche Spiel dame erlaubt ist. Tief innerhalb von Hell Care liegt der herrlichste erbauliche Raum in ganz Bällmarsch, ja, im ganzen Vereinigten Königreich. Die erhaben benannte Bällmarsch End of Life Suite. Hört Ihr genau hin, wird Eure Majestät vielleicht mitbekommen, wie die Gefangenen schreien, Bruder, ich werde hier drinnen sterben, ein Zeugnis für die Qualität sowohl von Leben als auch Sterben in Eurem Gefängnis. Aber sorgt Euch nicht, denn in diesen Mauern gibt es auch Schönes zu entdecken. Weidet Eure Augen an den pittoresken Krähen, die im Stacheldraht nisten, und den Hunderten von hungrigen Ratten, die Bällmarsch ihr Zuhause nennen. Und wenn Eure Hoheit im Frühling kommt, könnt Ihr vielleicht sogar einen Blick auf die Küken erhaschen, die von verirrten Enden innerhalb der Gefängnismauern ausgebrütet werden. Aber schiebt Euren Besuch nicht zu lange auf, denn die gefräßigen Ratten sorgen dafür, dass das Leben der Küken kurz ist. Ich bitte Euch inständig, König Charles, das Gefängnis seiner Majestät, Bällmarsch, zu besuchen, denn es ist eine Ehre, die einem Königreich gebührt. Während Ihr Eure Herrschaft antretet, möget Ihr immer an die Worte der King James Bibel erinnern, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und möge Barmherzigkeit das Leitbild Eures Königreichs sein, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mauern von Bällmarsch. Euer ergebenster Untertan, Julian Assange, A9379 AY. Vielen Dank an Sunak Roy für die Übersetzung. Moritz Müller Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.